Diese Unterrichtseinheit ist so gegliedert, dass ich nochmal wiederholen werde, was Prozeduren sind. Dann auf den verallgemeinerten Funktionsbegriff zu sprechen komme. Dann gibt es einen Teil, wo das Parameterkonzept eingeführt wird, was die Benutzung von Funktionen sehr viel flexibler gestaltet. Dann werden wir uns nochmal den Begriffen von Gültigkeitsbereich und Lebensdauer widmen, im Umfeld von Variablen. Und im Umfeld von Funktionen. Zwischendurch werde ich auf die Begriffe globale und lokale Variablen eingehen. Dann gibt es eine Reihe von Beispielen, die das Ausgeführte verdeutlichen werden. Und die Unterrichtseinheit endet mit einer kurzen Zusammenfassung.